Wir zeigen Ihnen heute einen neuen Fuzzy Film, gefährliches Spiel aus der Serie Der geheimnisvolle Reiter. Was machst du hier, Papa? Oh, ich suche den geheimnisvollen Reiter. Das ist eine schlechte Entschuldigung. Wenn Mama Mia dich hier sieht, macht sie geheimnisvollen Reiter aus dir. Mahir, Mahir, Mahir. Sie wissen, was Sie erwartet. Spannung, Verfolgungen, knallharte Fäuste und zündender Humor des unverwüstlichen Fussi. Nur ruhig, Jungs, die Vorstellung ist schon vorbei. Gefährliches Spiel in Texas und Mexiko. Ein Spiel mit dem Leben. Vergessen Sie nicht diesen Film mit der packenden Musik. Und während er seine Fähigkeit gab, der Kaktus Joe war da. Und nach 20 Quarts zu benutzen, er hat ein grosser Spork. Sein Kopf war, als ob es ein Tomahawk war. Kaktus Joe, Kaktus Joe, Kaktus Joe, Kaktus Joe. Geh die Läser von Kaktus Joe. Hol mich doch hier raus, hilf me, hilf me doch, hol mich raus, bitte, bitte. Au, au, ach, schütz, wech, 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 wech. Ja, schön, ja. Was ist denn mit dir los, ne? Lass es jetzt schon. Lass es jetzt schon. Lass es jetzt schon. Gefährliches Spiel in Kürze in diesem Theater.